Hey, meine lieben Freunde, oder willkommen zu einer neuen Folge CraftTech. Dieses Video ist ein Best-Dorf vom gestrigen 24-Stunden-Stream mit Ungespielt und Mo. Zieht es euch ran, ähm, ein, ran, was? Ich bin auch immer noch ein bisschen plen-plen vom Stream, ähm, denn es ist richtig geil geworden, aber die, ich meine, es ist so viel Lustiges passiert, man konnte nicht alles reinsteigen, also dafür muss man den ganzen Stream gucken. Aber Leute, an diesem Samstag ist natürlich wieder ein 4-2-Stunden-Stream, der beginnt so circa ab 10 Uhr morgens, ähm, und geht dann bis Sonntag 10 Uhr morgens. Eigentlich war ja diese Woche der 24-Stunden-Stream geplant, aber dann kamen sie mir um die Ecke, ich meine, lass mal diesen Samstag noch einen machen. Also diesen Samstag ist wieder richtig Action, äh, Rotpilz, Mo und viele Leute werden hier bei mir live in der Wohnung sein. Wir werden Challenges machen, wir werden Craft-Ex-Stream, wir werden Fitness-Challenges machen, Koch-Streams, wir werden hier richtig viele Kameras aufstellen, also wenn ihr hyped seid, dann schreibt mal in den Chat, äh, ich sag schon Chat, Alter, in die Kommentare, Hashtag 24-Stunden-Stream. Und, äh, ja, ich will mal sagen, viel Spaß mit dem Best-Dorf, lasst einen Daumen nach oben da, und wenn ihr euch wundert, warum ich kein Equipment habe, mir wurde es genommen, komplett, aber ich krieg's, denke ich mal, heute wieder, denn heute werde ich wieder ein bisschen streamen, aber nicht so lange, äh, schaltet ein, Tweetchefos-Better-Lyp, ähm, denn ein paar, ich sag mal, so Baloui, Earlyboy haben sich schon gedacht, die, wir klauen einfach mal Equipment, während ich auf Toilette bin und kacken gehe. Viel Spaß mit dem Best-Dorf. Hallo Leute! Hallo Freunde! Boah, ich hab fast das Stream verpennt, Alter. Früher als Dings. Meine Brüder, kommt es soweit. Der 24 Stunden Stream hat begonnen. Wir haben viele Ziele und wir werden sie alle erfüllen. Für den Chat. Sprech mir nach. Für den Chat. Für den Chat. Ameno. Ameno. Ich bin bei 2500. Doch. Seid ihr zurückgefahren? Ach, das war die falsche Richtung? Leute hört auf. Nein Spaß, komm zurück wo du grad warst. Es ist ein Prank. Es ist ein Prank. Es ist ein Prank. Aber ich sehe euch trotzdem nicht. Wir kommen jetzt angerammt. Wir sind die Prank Bros. Moin Moin. Du kannst nicht fahren. Ich muss ein bisschen was essen. Ja, ich fahr nicht. Und dann habe ich ein Mädchen kennengelernt. Ich habe so ein Mädchen kennengelernt. Und ich wollte halt mit der so was anfangen. Das ist ein Prank. Läuft bei dir. Richtiger Minecraft Player. Jetzt gehts nämlich los. Also ich habe ein Mädchen kennengelernt. Hast du die gebankt? Ja nein, warte. Warte. Ähm. Wir haben halt uns so kennengelernt. Am Anfang so dieses so. Was läuft bei dir? So. Dieses komplette Steak habe ich halt gegessen. Während das Mädchen von der ich was wollte. Die Vegetarierin war. Mir dabei zugeguckt hat. Und ich habe halt dieses Stück Fleisch gegessen. Und das ist jetzt ungefähr elf Jahre her. Boah wie unangenehm. Ich habe das halt komplett einfach gegessen. Ohne alles. War keine Beilage. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Weil ich habe ja schon eine Zeit lang davor vegetarisch komplett gelebt. Ich habe ja eigentlich Fleisch generell nie so gerne gegessen. Ja, das war so mein letztes Stück Fleisch. War ein richtig Horrortrip. Also richtig schlimm. Mein Eltern wollten mich mal ins Heim schicken. Weil ich so süschig nach WoW war. Ähm. Digga, warum donatet ihr so viel? Alter, Junge. 61 Euro Digga. What the fuck, Alter. Äh. Tango. Die Mango. Der Name, Alter. Easy Top Donator, sagt er. Danke für 61 Euro. Geiler Stream. Grüß mal Mo und Simon. Easy Top Donator. Grüße gehen raus. Äh. An euch beide. Vielen Dank, Digga. Simon. Oh mein Gott, ich sterbe. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh Gott, die Pigments greifen mich an. Oh nein, halbes Herz. Was? Petra, nein. What? Hä? Wie kann ich denn mit meiner Rüstung schnäben? Warum greifen die an? Oh mein Gott, die Eltern. Die kommen alle sonst. Die doch. Ausloggen, ausloggen, ausloggen. Ja, das bringt doch nichts. Die greifen uns doch trotzdem ein. Ja, egal. Die kommen mit Rüstung und dann kriege ich die. Nein, 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 nein. Sieh mal ausloggen, bitte. Sieh mal ausloggen. Sieh mal und lock dich aus. Sieh mal und lock dich aus. Ich kann die Rüstung ja nicht liegen lassen, Petra. Ja, aber ich komme ja. Ich kriege die Isi wieder zurück. Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, Enderman, keine Ahnung. Wie konnte der mich besiegen? Ich glaube, in der Hölle geht der mehr ab, kann es sein. Leute, los schnell weilen. Ich mach ne Kiste. Ja, ja mach die Kiste. Guck mal, da unten ist so ein Magma-Ding. Oh mein Gott, Alter. Was denn? 1000 Euro Fake-Donation. Niemals. Was? Nein. Fake. Locker fake. Ja, das ist kein 1101. Spass. Ey, trotzdem 1.01 Euro Terror-Sicker. Sind deine Elternärztin und Anwälte oder was? Alter, Monaco-Yim. Come on. Ne, sie kommen nicht durch. Sie kommen nicht durch. Aber sie können mich trotzdem vergiften, wenn ich zu nah rangehe. Okay, hier ist eine richtige ichlafte Basis. Boah, ich hab volle Ständer grad random. Boah, meine Rüstung kriegt immer ein bisschen Schaden wegen diesem dummen Schein. Wieso? Ich schieße mit Pfeilen durch. Voll random, weil es mir grad ist aufgefallen. Oh nice, Alter. Ich hab noch mal keine Regen auf den Falle für mich lieben. Einer Stunde oder so. Und ich bin mir grad... Oh! Ich hab das gemerkt. Ah! 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 Der wurde mal getroffen, klasse. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch... Ah! 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 Mo, du bist so unfähig, du hast mal jemanden aus den Chat, aber ich wollte Arme Moe trotten. Der Typ kommt gar nicht mehr klar auf sein Leben. Scheiße, ich hab Durchfall Leute, ich hasse Menschen. Ja, lass mein Sprachfehler in Ruhe, Digga. Junge, Alter, es klingt wie so ne Pfeife bei Kattel. Alter, was ist los? Den schwierigsten Teil vom Dach hab ich fertig. Randa. Leute, schaff ich diesen MLG? Easy, oder? Okay, Leute, Mo. Okay, Leute, ihr macht's mit. Patrick, ich hab Bastille getötet, denk daran. Was für ein Ehremann ich bin. Er hat Ehre gebracht, sein Utopäer hat wirklich Ehre gemacht. Ja, okay, komm. Guck doch, Stream, Alter. Möchte ich jetzt deinen haben. Eis um 12 Uhr, boah, bist du. Lecker Eis. Oh mein Gott. Mo. Mo, ich hab zum ersten Mal einen Water Bucket nicht geschafft, ne? Weil ich war, weil es ist so spät. Lach nicht so, wie ein Aids Kind, Alter. Deine Rüstung, Alter. Ganz einfach. Ich hab ein Herz, Patrick. Patrick, ich hab ein Herz. Patrick, ich hab ein Herz. Schaufel, schaufel. Mit der Schaufel. Oh, halbes Herz, halbes Herz. Halbes Herz, Patrick. Halbes Herz, halbes Herz. Fällt mir ganz gut. Fällt mir ganz gut. Fällt mir ganz gut. Mo, okay, wenn du überleben würdest, musst du mir helfen. Du brauchst ne Aufgabe. Hä? Du hast dich selber getötet. Guck mal, was da unten steht, Simon. Mo, wurde beim Versuch, Patrick zu verletzen getötet. Oh, du hast den angegriffen. Ja, der ist so doof. Er hat mich einfach... Ich hätte gar nichts gemacht. Ich wollte sagen, willst du mir helfen? Ha, 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 ha. Ich komme jetzt hoch und töte dich. Machst du nicht. Ich töte deinen Papageien. Machst du nicht. Oh mein Gott, das wird so schön. Wenn du das machst, dann spreng ich. Okay, mach, okay, ich komme jetzt und töte dich. Das wird, glaube ich, richtig geil. Simon so, das ist Wasserrasch. Das wird geil. Mach, 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 mach! Schnell, schnell, schnell. Mach! Ich komme, ich könnte das, von Mark kann das richtig gut, ne? Der übertreibt voll komplett. Geil, der CO-Zunge mal rein. Komm, mach! Oh Gott! Komm, zieh durch! Jaaaaaaah! Geil! Klipp das, klippen, klippen, klippen! Ihr kleinen, ihr kleinen verliebten Mäuschen, ihr kleinen verliebten Mäuschen. Ja, so schlimm war es doch nicht. Ne, es ist doch nicht schlimm, aber wenn du es jetzt noch eine Stunde lang weiter schießt, dann ist es einfach nur der absolute Horror. Mach den Hut ab, Mann! Team Ami33, danke! Sup, Bro! Willkommen im Kiri-Squad! Tiers, 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 Tiers. Hast du Tiers schon hier? Nein! Ich bin halt auf der Suche. Ah! Ah! Ich spür dir die gleich. Okay, Ruhe! Ich hab hier was vom Zuschauer bekommen, das ist echt gut. Dad geschrieben, du sollst immer ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht schmeißen. Wo seid ihr? Oh, da! Hier ist der Spawner gewesen übrigens. Waren zwei Goldäppel drin, sonst ist nichts Relevantes. Oh, die Sonne streibt mir übel ins Gesicht. Ich seh gar nichts mehr. Mein Gesicht ist einfach nur weiß. Also, in real life? Was fandst du witzig? Was für real life, Digga? Wenn wir alles kaputt machen. Digga, das soll er machen. Ich zerstöre seine Existenz in diesem Projekt, wie sagst du dir jetzt schon. Ich spiel das Eck, äh, wie heißt das Spiel? Spleef, Alter. Los, mach mit. Das wär einfach, das wär einfach, das wär den Cave Spayers. Nein, Moe. Doch. Lass den nicht suchen. Oh, guck mal, Risiko. Ich werd nochmal einmal... Boa, Junge, Alter. What the fuck, Alter. Was ist mit dem Penis, Alter? Hahaha Aber die EP, kriegt, war nicht so. Das muss, dass der, also... Sorry F7, hab ich noch ein bisschen mit deiner Wochen gekriegt! So kannst Du den Soundstellen sag' ich, Leute. Hallo! Hallo? Hallo? pickleLatin, oder was? Du knistel du ein bisschen. Ja, ich muss mal PC gleich mal starten, mir ist zu lang an. Einfach wird Petret angegriffen. Warum seid ihr nicht zusammen? Warum muss man mit jedem Menschen zusammen sein? Du weißt alles, was schlecht ist oder was? Ja. Wir sind einfach gute Freunde und verstehen uns gut. Wisst du was? Petret wird ganz weit angeschossen. Gute Freunde sein. Petret ist immer noch aufs Klo. Die töten Petret? Jaja, der wird ganz weit mit einem Feuerfall abgeschossen. Petret ist... Petret ey, der Kack ist doch nur am Kacken. Der ist eingeschlafen, Mann. Petret wollte von Valeria schlagen. Wo ist Petret gewesen? Was ist denn los mit denen? Da haben wir mal... Fuck, ich hab sogar meine... Junge, Alter... Ich hab meiner Mutter gesagt, ich muss ein Mic bespielen. Aber bei Valeria hat die Sachen. Bei Valeria hat die Sachen. Bekommt bei Valeria geschrieben. Das heißt, wir können ihm von die Sachen erholen. Jetzt bei Valeria... Das ist irgendwie... Junge, ich... Ich... Junge, Alter! Er hat aber die Sachen... Er hat die Sachen gesaved. Ähm, Leute, ich hab grad aus Versehen meinen Stream beendet. Oder? Ja, was du? Ja, ich hab grad auf die Saison gehört, dass ich alles beendet habe. Das hat man auf den Todes hingeschlafen. Ja, toll gemacht, Valeria, ne? Junge, ich bin ja am liebsten... Du hast deinen Stream nicht beendet. Du hast deinen Stream nicht beendet. Aber jetzt gerade wahrscheinlich, ne? Nein. Immer noch nicht, oder? Ja doch, das ist delayed. Jetzt kommt... Also... Du hast nur deine Kamera aus und langes waren. Du hast gerade nur deine Kamera aus und langes waren. Du hast gerade nur deine Kamera aus und langes waren. Die Kamera war einfach nur aus und langes waren auch da. Hä? Toll, mein Stream ist aus, mein Stream ist aus. Nein, nein! Der ist noch an! Hä? Auf gut Glück! Ich bin hier noch ein Stückchen links gegangen dann, wenn du in den Raum reinkommst. Ja, durch Wasser, ne? Ja, ich hab nur kurz einen Spawner hier aufgelegt. Ah... Guck mal, der ist ja gar nicht, der ist hier. Hier, hier. Hallo? Wo seid ihr? Oh, da. Hier ist der Spawner gewesen übrigens. Waren zwei Goldäppel drin, sonst nichts Relevantes. Die hab ich mir beide schön in die Tasche gesteckt. Mhhh, schmeckt. Ach komm Peter, zieht durch, Alter. So Pussy, Alter. Boah, ich hab Iron-Männer im Chat. Ich hab die falsche Spitzhacker gerade benutzt. Rob, mach mal kurz die Dinos. Rob, mach mal kurz die Dinos. Rob, mach mal irgendwas lustiges an. Petrit, Petrit, Petrit. Petrit. Verkir, Essen, Essen, Essen. Petrit, Petrit. Petrit, Abonnenten, Abonnenten, Views, Views. Petrit, Petrit, Petrit. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Super, ich hab keinen Bock mehr. Oh, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab keinen Bock auf hier, ne Diamanten, Alter. Sei mal ehrlich, du bist doch du wachst. HUTT! Wer will da schlafen? Da ist ein Boot, da ist ein Hohraumboon. Geh lang, geh lang, geh lang. Alter, ich schlag gleich meinen Kopf auf den Tisch. Wir wohnen. Ich kann keine Seite mehr öffnen, ich kann nichts mehr. Aber alles was an ist, zum Beispiel TeamSpeak und hier streamen, das bleibt einfach. Ich kann nur nichts mehr öffnen. Wir lassen uns durchziehen hier. Das sind die Mainboard-Driver. Mainboard-Driver? Ja. Ich kann nicht mehr. Diamanten entdecken und die anderen nicht. Und Simon reagiert so ganz normal. Und dann kommt Patrick eine Minute später. Oh, Diamanten! Der ist halt, ne? Gut, Fahrgott. Jawoll. Aber jetzt haben wir gerade echt ne gute Dings. Wir sollten weiter machen bis 2000. Wir haben auch. Wir haben auch. Wir sollten 2000 machen, meiner Meinung nach. Wassertempel erobern, haben wir. Drei Spieler töten, haben wir. Noch alles weg, was wir haben. Wassertempel erobern, haben wir. Drei Spieler getötet, haben wir. Neue Biomerkult, haben wir. Küst Mo, haben wir. Super. Akzeptiert mich, wie ich bin. Huren. Jeder baut sein Haus so, dass er bewohnbar hat. Und ich sage, haben wir. Also ich habe mein Haus auf jeden Fall mit Bett und so drin. Mob-Farm fertigstellen. Ich habe die Spinnenfarm so, dass die jetzt noch nicht automatisiert ist. Oh, das haben wir vergessen. Was denn? Didu, 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 didu. Ah, den ADC-Tempel erweitern. Aber das kann Felix machen, weil wir haben ja die Steine besorgt. Genau, wir haben Diamanten, die ihr beide schon als unrealistisch eingestuft habt. Am Ende.